Unsere Lieferung steckt im Zollfest und die Docks sind dicht. Nichts zu machen. You're German. What happened to Prussian Burgies? Haben wir niemanden, den wir schmieren können? Nicht in der nächsten halben Stunde. Mia. Sag mir, wo ihr ihn versteckt haltet. Weh. Mein Gott, Walter. Dieser Auftrag ist für uns alle existenziell wichtig. Das war 1983. Das ist drei Jahre her. Ich brauche ihn. Wir brauchen ihn. Warum? Die Schulden gegenüber dem Westen sind hoch. Wir brauchen harte Devisen. Sonst sehe ich Schwarzgenossen. Ja, aber das klingt ja, als ob Sie über Kapitalismus sprechen. Des einen Schmutz, des anderen Schatz. Wir verkaufen Waffen. Warum sollten wir nicht vom exzessiven Konsum des Westens profitieren? Wir machen einen Deal zwischen Westdeutschland und Südafrika. Zwischen unseren schlimmsten Feinden. Das ist ja Wahnsinn. Es geht um den Erhalt unseres Staates, seiner Ziele und um eine bessere Zukunft für Millionen von anderen Menschen. Wow. Das klingt echt gestört. Das ganze Spiel ist völlig verlobt. So viele Leute sehen immer nur das Negative in Südafrika. Da haben Sie recht. Das ist eine Win-Win-Situation. Dafür gibt es doch sicher auch ein schönes deutsches Wort, oder? Untertitelung des ZDF, 2020